Willkommen zurück zu Doppel-Jeopardy mit unseren Fußball-Cracks und hier ist die neue Wand. Und die Themen. Fit for Film. Geschickt mit Kick. Titeltore und Gesänge. Pannen. Tierisch-sportlich. Bis die Tage. Und kurz nochmal zur Erinnerung, zum Punktestand. Uli hat 100 Punkte, wird jetzt kräftig Gas geben, nehme ich an. Manfred 800 Punkte und Michael hat 1950 Punkte und der Uli liegt los. Tierisch-sportlich 100. Das Rennpferd des Bergmannes. Diese gefiederten Gesellen wurden früher auch als Postboten missbraucht. Michael. Was ist eine Taube? Eine Brieftaube, perfekt. Brieftaube. Weiter geht's. Geschichte mit Kick 100. Seit 1876 ersetzt sie die bislang zwischen den Turbpfosten gespannte Schnur. Manfred. Was ist eine Torlatte? Was ist eine Torlatte? Richtig. Weiter geht's. Titeltore und Gesänge 200. Sad Songs komponierte Elton John angeblich als dieser englische Fußballklub, dessen Präsident er ist. Das Cup-Finale 1984 gegen Everton mit 0 zu 2 verlor. Uli? Wenn ich das so wüsste. Die anderen? Manfred? Er ist FC Watford. Richtig. Weiter. Tierisch-sportlich 300. Araber satteln gerne diese Wüstenschiffe. Michael? Was ist ein Kamel? Perfekt. Weiter. Geschichte mit Kick 300. Da ist was faul im Strafraum. Seit 1891 gibt es dafür diesen Strafstoß. Uli? Was ist ein Elfmeter? Exakt. Weiter. Geschichte mit Kick 200. Da ist ein Solo für den Uli. Uli, du hast 200 Punkte. Michael führt mit 2350 Punkten und Manfred ist ihm auf den Fersen mit 1100 Punkten. Wie viel setzt Uli? Nehmen wir 150. 150 Punkte. Hier kommt die Antwort. Von Studenten dieser neben Oxford berühmtesten britischen Uni wurde 1846 das Fußballspiel eingeführt. Allerdings noch mit bis zu 20 Spielern je Team. Was ist Rugby? Das stimmt leider nicht. Was ist Cambridge? Cambridge wäre die richtige Antwort gewesen. Aber das muss ja ein wahnsinniger Tumult gewesen sein mit 20 Spielern pro Mannschaft. Irre. Tja, wäre was los gewesen. Ja. Ein bisschen eng. Mit Uli geht's weiter. Geschichte mit Kick 400. Am 28.01.1900 wurde in dieser sächsischen Stadt der Deutsche Fußballbund aus der Taufe gehoben. Manfred? Was ist Dresden? Das ist falsch. Michael? Was ist der DFB? Das ist leider auch falsch. Uli? Was ist Frankfurt? Leider auch falsch. Die Lösung hätte laut müssen, was ist Leipzig? War aber ganz nah dran. Mit Uli geht's weiter. Geschichte mit Kick 500. Am 31.03.1903 wurde dieser nach einem Hamburger Stadtteil benannte Klub zum ersten offiziellen deutschen Fußballmeister erklärt. Manfred? Was ist der HSV? Das ist nicht richtig. Michael? Was ist der FC St. Pauli? Leider auch nicht. Uli? Was ist Viktoria Hamburg? Das stimmt leider auch nicht. Was ist Hamburg-Altona? Das war aber. Mit Uli geht's weiter. Fit4Film 100. Sylvester Stallone als Rocky und Robert De Niro in Raging Bull zeigten im Kino in dieser Sportart wahre Meisterleistungen. Michael? Was ist Boxen? Richtig. Fit4Film 200. Seinen Cartoon-Freunden Bugs Bunny und Co. bot dieser als er titulierte Sportstar in dem Film Space Jam Basketballbeistand auf einem fremden Planeten an. Michael? Wer ist Michael Jordan? Richtig. Weiter geht's mit dir. Titel, Tore und Gesänge 300. Für die WM 1974 wurde die deutsche Nationalmannschaft erstmals zum Chor. Dieser Trainer spielte für Fußball ist unser Leben, den Kapellmeister. Manfred? Wer ist Helmut Schön? Richtig. Pannen 200. Da der Schiedsrichter 94 ein Phantomtor dieses Bayern-Akteurs anerkannt hatte, wurde die Partie gegen Nürnberg einige Tage später wiederholt. Michael? Wer ist Thomas Helmer? Exakt. Tierisch-Sportlich 200. In Südafrika sitzen Jockeys auf diesen größten heute lebenden Vögeln auf. Michael? Wer ist Vogel Strauß? Richtig. Was sind die Strauße? Weiter geht's mit dir. Titel, Tore und Gesänge 400. Tony Lass es polstern. Dass er für jeden Gag zu haben ist, bewies Tony Polster, als er 1997 mit dieser fabulösen Kölner Band eine CD aufnahm. Michael? Wer sind die fabulösen Tickenschlampe? Da sind sie, genau. Weiter geht's mit dir. Titel, Tore und Gesänge 500. Unter dem Titel Hotshots wurden 1998 die favorisierten Alternativ-Rockstücke dieses Dortmunder Jung-Nationalspielers auf CD gebrannt. Uli? Wer ist Lars Ricken? Das stimmt. Weiter. Titel, Tore und Gesänge 100. Dann haben wir ein Solo für den Uli. Uli, du hast minus 350 Punkte, Michael 2550 Punkte und Manfred hat 500 Punkte. Wie viel setzt du? 500 Punkte. 500 Punkte, hier kommt die Antwort. Bini Radi, Bini König frohlockte dieser damalige Torwart von 1860 München. Sein Lokalkonkurrent konterte Bini Radi, Bini Depp. König ist der Meier Sepp. Wer ist Radi Radenkovich? Perfekt. Weiter geht's mit dir. Fit for Film 300. Vor Penny Marshalls Film-Hit Eine Klasse für sich wusste kaum jemand, dass sich von 1943 an einige Jahre lang US-Frauenteams in dieser Sportart duellierten. Manfred? Was ist Frauenfußball? Das stimmt nicht. Die anderen? Was ist Baseball? Ui, weiter geht's mit Uli. Uli. Pannen 100. Als Schalker Spieler trug dieser heutige Trainer von Nürnberg 1969 eine ungewöhnliche Verletzung davon, einen Hundebiss in den Allerwertesten. Uli? Wer ist Friedl Rausch? Genau, auf dem Fußballplatz passiert. Weiter geht's mit dir. Pannen 300. Der Mönchengladbacher Herbert Laumen brachte 1971 unfreiwillig ein Tor zum Einsturz, was diesem hanseatischen Gegner einen Sieg am grünen Tisch bescherte. Michael? Wer ist der HSV? Das ist falsch. Wer ist Werder Bremen? War nicht ganz so nördlich. Weiter geht's mit Uli. Pannen 400. Als Spieler bei Eintracht Frankfurt gelang diesem Torwart im Dezember 1982 das Kunststück mit einem Abwurf, ein Eigentor zu erzielen. Uli? Wer ist Jürgen Pahl? Das stimmt. Pannen 500. Gladbach spielte 1971 Inter Mailand mit 7 zu 1 an die Wand, musste den Sieg jedoch wegen eines Dosenwurfs gegen diesen Spieler wieder abgeben. Michael? Wer ist Bonny Senior? Ich bin froh, dass du es aussprichst. Ich hätte es nicht geschafft. Weiter geht's mit dir. Bis die Tage 100. Tag auch und Tschüss. Rassige Südländer begrüßen und verabschieden sich mit diesem Kurzwort. Uli? Was ist Ciao? Das stimmt. Und weiter geht's mit... Weiter geht's gar nicht. Dies ist das Ende der zweiten Runde. Wir kommen zu den Punkteständen. Manfred hat 200 Punkte, Uli hat 750 Punkte und Michael führt mit 2750 Punkten. Denn liebe Zuschauer, jetzt sind wir eigentlich auch schon mitten im Finale. Und wie jedes Finale hat auch dieses ein Thema. Es lautet heute Wimbledon. Und während unsere Profis jetzt Zeit haben, ihre Punkte zu setzen, wollte ich Ihnen noch verraten, wie Sie Champion oder Kandidat bei Jeopardy werden können. Schreiben Sie uns einen Brief und zwar an Jeopardy, Postfach 190343 in 50500 Köln. Sie können es natürlich auch über das Internet probieren. Dort lautet die Adresse www.mediabolo.de. So, Punkte sind gesetzt. Und hier kommt die finale Antwort. Das erste Tiebreak in der Tennisgeschichte spielte dieser 1998 in Rumänien zum NOK-Präsidenten gewählte Manager 1970 gegen Brian Gottfried. Ihr habt 30 Sekunden Zeit und los. So, die 30 Sekunden sind rum und wir beginnen mit Manfred. Manfred, wie lautet deine Frage? Wer ist Ion Tiriak? Das ist richtig. Wie viel hast du gesetzt? 200. Da landen wir bei 400 Punkten. Weiter geht's mit Uli. Uli, wie lautet deine Frage? Wer ist Ion Tiriak? Das ist mindestens genauso richtig. Wie viel hast du gesetzt? Auch alles. Auch alles. Da landen wir bei 1500 Punkten. Und jetzt wird's nochmal richtig spannend. Michael, deine Frage. Wer ist Tiriak? Hab ich geschrieben. Und was hast du gesetzt? Alles, auch 2750. Hätte ich fast drauf getippt. Kommen wir zu 5500 Punkten und wir haben auch einen Champion. Das ist der Michael. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Michael, jetzt du als Champion darfst entscheiden. Ihr habt euch wahrscheinlich auch abgesprochen. Wo geht dieses Geld, diese Summe insgesamt hin? Wir haben uns überlegt, das Geld in Absprache mit TM3 zu einem SOS-Kinderdorf im Sauerland zu geben, um den Kindern dort einiges Gutes zu tun. Und jetzt gibt's noch eine gute Nachricht, liebe Zuschauer. TM3 stockt das Ganze auf und wir landen dann mit diesem Scheck bei 10.000 Mark. Und diese 10.000 Mark, die gehen zugunsten des SOS-Kinderdorfes in Lüdenscheid. Das liegt im Sauerland. Da werden Tore von gekauft, Fußbälle und Trikots. Sie sehen, es gibt in dieser Jeopardy-Sendung nicht einen Sieger, sondern 49. Das sind die Kinder aus dem SOS-Kinderdorf. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Sendung wieder dabei sind. Machen Sie sich einen schönen Abend und wir vier verabschieden uns. Tschüss. Applaus Applaus Vielen Dank.